Reaktor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Und dafür jetzt nur, weil die Flamer noch immer abstinken, nicht in der Garage vergammeln und habe mir deshalb mal 4 Medium Laser und 4 Small Laser in das Dingle gepackt. Ich muss sagen, bis jetzt war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ohne X-L Engine rennt der kleine Kollege hier 90 kmh schnell und ist natürlich für primär am liebsten Short Range ausgerichtet. Mid Range geht auch noch so, dank der Medium Laser, aber alles, was richtig nach ran ist, ist natürlich noch wesentlich cooler. So als Scout Jäger geht so, weil mein Aiming mit den Lasern derzeit irgendwie noch nicht ganz so prall ist. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein recht solider Bild. Also ich habe jetzt 2-3 Probematches gefahren und bis jetzt hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Und ansonsten sei eben gesagt, dieses Video dürfte jetzt ja wahrscheinlich diesen Samstag heute Morgen Vormittag irgendwie so, ja Vormittag, Mittag eher erschienen sein. Und I promise you, es kommt zum Ende des Tages hin ein weiteres Video, weil ich irgendwie verpeilt habe, jetzt für den Freitag ein Video aufzunehmen. Das mache ich in der Regel immer nochmal eben ganz gechillt Donnerstags abends oder wenn ich mehr Zeit habe, nehme ich Donnerstags schon für das komplette Wochenende die Videos auf. Aber es war ja Donnerstag der Livestream von der Lounge Party und das wollte ich mir immer unbedingt geben. Habe es leider nur bis zum Ende der Vorrunde geschafft. Also ich habe nur bis 1 oder halb 2 Ducker und da bin ich irgendwie leider weggeratzt. Aber es gab da, glaube ich, nicht wirklich irgendwie wieder irgendwelche neuen großartigen Infos. Aber auf jeden Fall bin ich dadurch darüber hinweggekommen, Videos aufzunehmen. Und das mache ich jetzt halt nochmal eben hier schnell, ratzfahrt, bam bam, hoffentlich zumindest. Und in gewohnt guter Qualität ist zumindest so mein grobes Ziel. Ich denke mal, dass ich das auch halbwegs erreichen werde. Und ja, sonst so zu dem Bild. Ihr findet ihn natürlich als Smurf-e-Link in der Videobeschreibung. Und ihr müsst natürlich gucken, dass ihr nicht unbedingt 1-on-1-Kämpfe auf euch nehmt, obwohl das Ding wahrscheinlich ziemlich gut dazu in der Lage ist. Je nachdem, was der Gegner so für den Equipment hat. Aber ihr solltet schon gucken, dass ihr so die Light-Mech-Stärke halt ausspielt. Das Ding, das rennt 90 kmh. Ihr seid überall an der Front gleichzeitig. Da, wo gerade noch irgendwie wie ein Meg mit ein bisschen Firepower gebraucht wird, da rennt ihr hin und ihr moscht mal so richtig drauf. Ich meine, wenn ihr dann doch wie ein Zufall in einen 1-on-1-Fight verkeilt sein solltet, macht euch keine Sorgen, das wird da kurze Schumme stehen. Irgendwie. Vielleicht dann mit einem Arm und einem halben Tor so weniger oder so, aber er will es überleben. F5. Also ja, da, wo die Peilung auch aufleuchtet. Ja, bis jetzt ist hier gerade erstmal noch wieder so, alle das dann Long-Range-Waffen raushauen. Bis sich mal ein Team bei Herz in den Schritt greift und vorwärts an die Front stürmt. So lange muss ich, glaube ich, wohl noch einfach das Ganze mit ein bisschen dämlichem Gelaber überbrücken. Und ich merke gerade, ich habe einen taktischen Fehler begangen, denn ich kann hier nicht wieder hochlaufen. Zumindest nicht auf dem direkten Wege, ein bisschen über Umwege. Und ich habe hier, glaube ich, mindestens zwei Awesomes in meinem Team. Einmal abchecken, jawoll. Ein 8Q und ein 8R. Das ist sehr selten, dass man zwei Awesomes gleichzeitig sieht derzeit. Die haben wieder ein bisschen an Beliebtheit eingebüßt. Da kommt wieder die Midrange zum Einsatz. Und er steht da wirklich perfekt. Oh, der Katapult, der stimmt voran. Ah, tatsächlich noch getroffen. Die Fingerspitzen. Und der ist ein Anlass. Na gut, der steht noch gut hinterm Berg der Atlas. Und schmilzt. Nein, 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 nein. Der hat ihm den Arm weggeschmolzen. Einen sehr schönen Kollege Ross. Das ist zu, 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 zu gelötet hier. Kick is more. Das Loch, wo eigentlich noch eine PPC sitzt, das haben sie zugelötet. Oh! Ich meine, er kommt wahrscheinlich einfach nur durch den Damage, den er vorhin irgendwie mal gekriegt hat. Aber prinzipiell sieht das nice aus, weil es wird kaum mehr ein Awesome geben, der drei PPCs gleichzeitig verbaut hat und dieser so abfeuert. Ich meine, drei gleichzeitig verbaut und im Shenfire-Gänge noch. Wow! Jetzt wünschte ich mich, ich könnte meinen Arm auch so nach links und rechts ziehen. Und wusch! Und... Hier kriege ich ein bisschen Support, kommt einer in meine Richtung. Der Awesome steht so in meine Richtung geneigt, aber er guckt jetzt auch nicht wirklich hierhin. Das könnte für ihn noch eine Überraschung geben. Na, der Jager-Mecher hat jetzt wahrscheinlich auf mich... Na doch nicht, er hat sich von dem Awesome ablenken lassen. Und jetzt ein Turin, der mit seinem Klauen kam, und er habe sich scheinbar in die Flucht geschlagen. Juhu! Ich bin schon ein cooler Typ. Okay. Oh, verdammt, habe ich doch nicht. Ich habe mich ablenken lassen. Ich war zu übermütig. 3 zu 2 steht es derzeit, aber mein Team hat jetzt gerade eh wie auch nicht die Eier, mal loszustimmen. Aber der Atlas vom Gegner-Team. Oh, alter! Oh, noch ein Atlas vom Gegner-Team. Und so wie und ach Gott, einfach hier alles mögliche halt einfach. Alter, Spiele! Ich ziehe mal zu, dass ich hier Land gewinne. Oh, ein paar Kilometer gut machen. Ihr was verfolgt mich jetzt auch. Das ist nicht so gut für mich. Was retten da hinter mir her? Aha. Blackjack und... Oh, Norian. Leute. Ist das nicht ein bisschen viel für einen? Ja, Mann. Feier Support. Wir müssen die Kader. Oh, jetzt bin ich aber gleich auch hinüber. Das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Brumm, brumm. Ja, oder vielleicht doch. Alter. Awesome, ey. Das Kader hat ausreichend abgelenkt. Aber ich bin jetzt auch hier nur noch ein One-Hit-Wonder. Ein Treffer und das war's. Ein gut gezielter. Und jetzt wird hier an allen Fronten überall gekämpft. Das ist ja auch mal mega fett. Das ist der Zenturion hier mit der Clown-Karmow, der mich gejagt hat, wa? Oder mit dem ich jetzt vor ihm halt zu tun hatte. Alter, no! Die Frage ist jetzt, werfe ich mich mit vollem Gewicht in den Kampf? Das wäre ja ein großes Risiko, welches ich eingehe. Na, was soll's hier, ne? Nur doof rumstehen bringt dir jetzt nicht so viel. Ach, du Scheiße! Der gehört ja gar nicht zu uns. Boah, du Hoden, Alter! Na, warte. Ein Hoch auf mein Team. Jetzt muss ich auch schnell genug die Kurve kriegen, um noch ein bisschen draufhalten zu können. Vielleicht auch ein bisschen besser draufhalten zu können. Uh, Lander-Action! Yes! Ich hab den Atlas abgestaubt! Und mein Team gibt echt einen Scheiß drauf, ob die auf eigene Leute schießen oder nicht. Ich hab die ganze Zeit hier den Damage-Flagern gehabt, ey. Ich glaube, noch ein paar mehr und ich wär da hinüber gewesen. Dahüber. Oh, oh, was ist das? Der Protector. Kollege, guck mich mal an. Oh, nein, 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 nein! Oh, verdammt noch mal, schieß du Lasergerät, ey! No! Ich glaub's ja nicht, ey! Lacka... Na, schade! Ich konnte ja nicht ewig anhalten. Aber das ist so mein Beispielbild für den Blackjack One X. Wie man ihn auf jeden Fall zocken könnte, wie es mir persönlich auch wirklich viel Freude bereitet. Man merkt das ja auch. Und ich muss sagen, im Moment jetzt, also die letzten Matches, die ich hatte, also ich hab jetzt nicht nur mit dem Blackjack gezockt, ich bin schon seit anderthalb Stunden oder so dabei, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Da war das ELO-System halt wirklich echt mega gut. Also jetzt sieht man's ja, 8 zu 9. Also das Schlimmste an Differenz, was ich hatte bei Kills so, als das Match zu Ende war, dass von dem Gegner noch vier Stück lebten oder dass von uns noch vier Stück lebten irgendwie. Also als das eine Team ausgelöscht war, war von dem anderen noch vier Stück über. Also das ist ein Schnitt, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann, wirklich immer ein paar Mal auf. Und diesen Bild für den Blackjack 1X, wenn ihr den habt, den Kollegen, dann, ich fühle euch das echt anzärtig. Das ist so mega geil. Also ich find's ja schade, dass ich nicht im letzten Match schon offen um habe. Da hatte ich nämlich ein wirklich awesome, geiles Match mit zwei Atlanten. Den einen hab ich tatsächlich Schrott gekriegt, der andere hat versucht, Fire Support zu geben. Den hätte ich, glaub ich, auch noch auseinander genommen. Tatsächlich so unglaublich, dass ich auch anhöre. Oh, scheiße, Mann, ich hätt's ihm gegönnt, aber den haben sie jetzt sehr hart erwischt. Wow, brutals, ey. Na gut, egal, genug des Geschwahlwiffs. Wir gucken uns nochmal eben die Stats zum Ende der Runde an. Ach, der arme kleine Jenner. Mann, ey. Zwei Kills, ein Assist, 292 Damage. Und da geht auf jeden Fall noch mehr, Leute, ich sag euch das. Aber jetzt erstmal haut weg, ich wünsche euch soweit einen schönen Tag. Ihr hört dann später nochmal was von mir.